hallo namaste ja ich möchte gerne berichten von einer sehr interessanten erfahrung die ich gemacht habe kurz vor der geburt und kurz nach der geburt ich bin jetzt gerade noch im wochenbett das heißt ich habe vor jetzt das video mache vor sieben tagen unseren kleinen sohn hier im haus in empfang nehmen dürfen meiner ganz wunderbaren kraftvollen ja ich möchte jetzt gar nicht dieses wort allein geburt so promoten sondern etwas sagen hauspartner geburt zusammen mit martin und das war super super intensiv und sehr 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 schön und sehr sehr kraftvoll und natürlich intensiv eine geburt ist immer intensiv auch total gerade diese intensivität also diese 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 intensive energie hat auch auf anderen ebenen einiges ausgelöst die die mich kennen die wissen dass ich mich seit langer langer zeit schon immer mit dem thema spiritualität auseinandersetze und ja das gehört zu meinem alltag so dazu es ist jetzt so dass das nichts besonderes für mich ist das ist so ein bisschen so wie für andere vielleicht die halt ja keine ahnung immer zum reiten gegangen sind oder immer trompete spielen so ist das halt für mich mit mich mit diesen themen auseinanderzusetzen das lag bei mir auch schon viel in der familie und bin damit sozusagen auch groß geworden mit gewissen spirituellen erfahrungen es gibt halt so zeiten in denen diese spirituellen erfahrungen mehr werden und jetzt im moment ich bin halt auch noch ein bisschen müde ab und zu sieht man vielleicht auch noch klar ich bin auch im wochenbett und bin noch so in der erholungsphase jetzt auch und so aber es ist halt sehr interessant dass so extrem situationen wie eben auch geburt oder auch schwanger sein sehr intensiv nochmal spirituell erfahrungen triggern können und so war das auch bei mir also kurz vor der geburt fing das an dass ich viel mehr energie sehen konnte wie sonst ich sehe sowieso sehr viel also im dunkeln besonders sich sehr sehr viel ständig irgendwas sich bewegen und wenn ich mich mehr fokussiere wird es auch realer und sehe auch wesen langlaufen oder spirits oder wer auch immer meistens frage ich gar nicht was ich da sehe manchmal nervt mich es einfach auch weil ich nur schlafen will und ich habe gemerkt vor der geburt wurde es stärker also diese energie wird einfach sehr viel stärker auch so gewisse astralreisen erfahrungen wurden stärker also ich hätte sehr abgefahrene astralreisen sehr klare sehr sehr deutliche mit sehr viel nachrichten drin und dann ja kurz nach der geburt konnte ich die ganze zeit auch im hellen um jeden herum die aura sehen ich habe das überall energien gesehen und auch sehr sehr klare energien also normalerweise ist es so dass ich das eher so ein bisschen verschwommen sehe dass ich halt so ein so eine energie ja wie so ein wie so ein ring um jemanden sehe und da war das halt total deutlich also ich mag halt die leute nicht so abscannen weil ich finde das braucht doch sag ich mal die erlaubnis von den leuten so aber das ist einfach so automatisch gewesen das ist einfach total stark gekommen und dann ich glaube das war zwei tage nach der geburt hatte ich total starke astralreisen und die waren sehr bewusst das heißt ich bin geflogen und ich wusste ich bin jetzt astral ich wusste ich bin jetzt bewusst aus dem körper ausgetreten habe da total viel erlebt diese typischen zeichen für astralreisen waren halt da ich war im auto mit leuten unter anderem interessanterweise mit raguventra das der hinten im auto dann saß und manchen gechantet hat und gesagt hat ich gebe jetzt mal ein bisschen wieder energie an deine seele und ja gut dass wir uns mal treffen weil im realen leben treffen uns jetzt erst mal gar nicht so total interessant weil das ist auch gerade so und ja ist irgendwie total spannend ja weil ich gar nicht an ihn gedacht oder so und der war halt total klar da und dann bin ich halt weiter geflogen zu anderen orten und ich war die ganze zeit bewusst dass ich astral bin bin dann wieder auch bewusst in den körper gelandet und das ist halt ja schon das sind immer schon so goldene momente wenn das so zusammenhängt passiert weil sehr sehr viele leute die astralreisen können und sich mit astralreisen beschäftigen die wissen dass es schon so ist dass man manchmal erfahrungen hat aber die nicht immer so perfekt sind also dass man dieses ich steige jetzt aus dem körper aus dann habe ich die erfahrung dann steige ich bewusst wieder rein und erinnere mich dann auch noch an alles das ist ja so der optimalfall also ganz oft ist es so dass man einfach sich nur an irgendwas erinnert oder sagt ja war das vielleicht nach drei reisen fragezeichen hintersetzt weil man halt nicht so ganz sicher ist weil man entweder den anfang oder das ende nicht mitbekommt oder zwischendurch sich ein traum eingebaut hat oder irgendwie sowas ja aber das war so gar nicht ganz heftig finde ich allerdings auch so diese mentale kraft also ich habe das seit sehr sehr langer zeit jetzt schon weiß ich so seit ein paar jahren das wird immer stärker dass ich also informationen bekomme was bald passieren wird entweder auf dem planeten oder auch so sachen die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren wie politisch oder so ich bin kein politischer mensch ich bin letztens das war sehr abgefahren versucht worden in der rechte ecke zu stellen weil ich auch sachen kritisch sehe die hier laufen so mit flüchtlingen aber ich bin nicht rechts oder sowas sondern ich sehe einfach nur die art wieder mit umgegangen es wird kritisch dass es in die rechte ecke oder linke ecke packen ist für mich so absurd ich habe meinen eigenen kopf zu denken und ja selbst unsere wagenknechte hat schon mal dinge gesagt die wo andere später gesagt haben ja das ist doch nicht wirklich links und ihr deine torte ins gesicht geklatscht haben ich auch denke man was für ein altes denken es ist doch so super dass man einfach noch mal selber sich in frage stellen kann und auch noch mal links und rechts denken kann ja auch das kam die letzte zeit noch mal vermehrt so das ist einfach total klare infos kam das kam schon während der schwangerschaft so ganz stark diese diese ganze ja diese ganze wahnsinns hetze gegen die leute die halt nicht impfen und so ich habe schon zu martin gesagt ich habe das gefühl das geht jetzt echt in die richtung dass sie noch mehr da hetze machen werden und jetzt gab es einige interessante berichte die ich dann nach diesen informationen ich so bekommen habe dann auch tatsächlich physisch gelesen habe wo ich sag ja wahnsinn das hat wahrscheinlich jetzt damit zu tun dass auch der neue film aufklärungsfilm in die kinos kam und dann ja jetzt die gegenbewegung da gleich kontern muss er werden sind ich will gar nicht ins detail gehen das wäre ein eigenes video aber zumindest merke ich dass diese kanäle diese energie kanäle die sind nicht sag ich mal weg von der erde oder weg von den themen die hier sind sondern die sind ganz im gegenteil die sind das wie so ein erweitertes bewusstsein wie so dinge die die so kommen weil die schon im energiefeld sind bevor sie passieren dass mit deshalb klar wird und das so war das auch mit mit vielen anderen privaten dingen wo ich so das gefühl hatte okay das könnte in die richtung gehen ist auch in die richtung gegangen so also diese intuition diese anbindung wird immer immer stärker und ja jetzt einfach noch mal zurück zu kommen warum das jetzt gerade nach der geburt vor der geburt und nach der geburt passiert ist es ist halt immer so wenn der wenn das ego nicht mehr so viel zu sagen hat also wenn er halt entweder total in hormonen bist wie zum beispiel in schwangerschaftshormone oder gerade wenn du halt ein baby bekommen hast bist du halt normalerweise wenn du keine dramatische geburt hattest mit interversion was ja die meisten leider haben aber wenn man uns frauen einfach lässt und wir positive erfahrungen haben kommen als super viele glückshormone und auch so das ego kommt stück runter und du bist einfach total im jetzt und diese energiekanäle können einfach stärker aufgehen ich habe das erste mal davon gehört in indien vor so ja weiß nicht genau so ich glaube das war vor sechs jahren oder so dass es normal ist dass wenn eine frau gebär also ein kind gebärt dass sie ganz hohe spirituelle channels auch in diesem moment erfahren kann wenn sie wirklich in verbindung ist mit ihrem herzchakra und mit ihrem wurzelchakra sozusagen dass daneben halt ganz ganz viele positive kräfte sich aufbauen und viele Jogis sagen erst dann ist eine frau eine frau also sie sozusagen durch die geburt eines kindes so ein energiekanal halt wirklich aufmacht und bei dieser geburt die halt total frei war von fremden händen sage ich mal und irgendwelchen ja eingriffen oder so war es halt einfach wirklich sehr sehr viel kraft die ich direkt bei der geburt schon gespürt habe und danach einfach noch mal mehr und das hatte ich jetzt bei der aneinander nicht so stark dass ich danach so viel sehen konnte und es also offenbar also man sagt ja auch die frauen im wochenbett sind hochsensibel das habe ich auch klar also diese emotionale öffnung ist da und ich glaube dass sie zu tun hat auch mit dieser spürtelöffnung und ich frage mich gerade wie viel power würden die frauen alle kriegen wenn sie völlig in ihre kraft kommen könnten ich hatte auch diesmal ein jantra auf dem bauch ich habe mir also auf den bauch vor ein jantra zeichnen lassen von der adi shakti ich habe dieses jantra vorher ausgesucht das ist ein geburtsjantra und es zeigt halt all die ganzen wege die eine seele durch die elemente geht also ja einfach durch die energie geht also es ist ja der physische prozess aber es ist ja auch ein energetischer prozess der passiert und diesen prozess zeigt es sozusagen diesen baby auf und dann wird die geburt normalerweise sehr viel leichter und das habe ich ja auch erfahren also das war schon sehr erstaunlich wie natürlich ist es intensiv und sehr intensiv wer schon mal geboren hat weiß das aber es war halt einfach dreieinhalb stunden schnell und stark und und es war dann einfach auch genauso ja einfach so genauso klar einfach wie es angefangen hat sollte auch gerne das gab keine pause es war doch so klar und das habe ich halt auch bei diesem jantra auch bei der beschreibung auch gelesen gehabt das ist halt wirklich klar durch diese ebenen zeigt also durch die fünf elemente und wenn das klar ist in dem baby kommt auch super viel energie auch natürlich zu uns frauen und diese ganze erfahrung wird natürlich eine ganz andere ich kann mir schon vorstellen dass das jantra auch damit zu tun hat weil natürlich geht das jantra auch das baby aber auch auf mich also ich glaube schon dass diese klarheit durch die fünf elemente zu gehen durch eine extrem situation zu gehen zentriert zu bleiben bei mir zu bleiben in der power zu bleiben einfach ganz ganz viel damit zu tun hat wie die energiekanäle aufgehen es gibt sehr viele berichte von frauen die noch nie spirituelle erfahrungen hatten und dann unter der geburt plötzlich gesehen haben wie sie geflogen sind oder oder unter der geburt plötzlich eine unglaubliche liebe für die ganze welt gefühlt haben oder auch danach im wochenbett oder ja plötzlich eben auch energien sehen konnten so wie ich sie auch sehe aber plötzlich das allererste mal und total erschrocken sind und denken sie haben vielleicht hallazination ich glaube einfach das hängt wirklich damit zusammen dass diese dieses ego dieses alltags denken halt ausgeschaltet ist die hormone da sind einfach diese besondere energie einfach so stark wird das zweite ist halt das eben halt auch viele das empfinden und auch erleben bei unfällen also wenn jemand einen unfall hat dann kann es sehr gut sein dass er plötzlich ganz spontan außerkörperliche erfahrung erlebt ich glaube das ist natürlich dann eher so der schock und sage ich mal auch die negative seite was ich halt glaubt ist dass durch diese extrem situation die positiven extrem situation wir wirklich viel mehr positiv aktivieren können und ich möchte einfach allen die das thema astral reisen interessiert oder auch lucide träume oder einfach bewusstseins erweiterung einfach dazu auffordern wenn ihr durch extrem situation geht entweder macht leistungssport also es hört man auch viel von marathon läufern dass sie plötzlich so eine spirituelle erfahrung haben oder ihr fastet sehr lange oder wie gesagt ihr kriegt ein kind einfach vorher euch wirklich vorbereiten und wirklich übungen machen spirituelle übungen zum thema astral reisen versuchen umzusetzen um dann wirklich diese kraft zu nutzen und dann wirklich zu gucken was passiert da jetzt diese negativen erfahrungen wo sehr sehr viele dann spontan sagen ja sie hat ein nahtoderlebnis und so weiter sind halt aus ihrem körper geschleudert worden halt beim auto und fall und später wieder zurück und so die sind ja immer mit schock verbunden und ich denke es gibt halt einfach diesen positiven schock also diese diese positiven kräfte und eben diesen negativen schock sag ich mal und wichtig ist dass wir diesen positiven schock weiter nutzen oder diese ja diese positive kraft die einfach da auftauchen kann die einfach nutzen für unsere spirituelle weiterentwicklung wenn wir es dann mögen und auch für die 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 es nicht mögen denen das halt passiert viele erschrecken sich ja also viele kontaktieren mich auch zu diesem thema astral reisen und sagen ja hilfe ich habe diese erfahrung gemacht und weiß jetzt überhaupt nicht wie es hier weitergeht und ich denke einfach oder die sind einfach erschrocken dass es sowas gibt und das ist vielleicht auch gut zu hören dass es relativ normal ist bei extremen situationen und wenn die seele soweit ist das höre ich auch viel von rohköstlern die eigentlich gar nicht spirituelle erfahrung machen wollten überhaupt nicht sogar dass alles sehr angezweifelt haben und plötzlich so eine totale bewusstseinserweiterung haben meine ist jetzt eine relativ harmlose also ich meine ich mache ich habe eh schon sehr viele spirituelle erfahrungen seit kind an aber es gibt leute für die das einfach wie so ein hammerschlag auf einmal kommt und deren bewusstsein eröffnet sich 360 grad und die kriegen informationen der grundschrank geht auf und die wissen eigentlich gar nicht wie den passiert sozusagen ja also total gut okay also das mal so mein meine info dazu es gibt es gibt so leute die das auch triggern durch zum beispiel schlafentzug oder durch sehr langes tanzen oder durch schamanisches trommeln oder sehr langes fasten und so es gibt traditionen die das extra so auslösen solche erfahrungen und ja das kann man natürlich überlegen ob man das machen möchte aber wenn halt sowieso naturkräfte wirken das ist halt wirklich eine ganz besondere zeit ja und ich bin da immer noch drin auch in dieser wochenbettzeit und in dieser energetischen öffnung die welt besteht nicht nur aus rosa luftballons aber sieht man oder ich sehe ich kann ja nicht mann sagen ich kann nur ich sagen ich sehe da halt viele verschiedene dinge versucht da in meiner balance zu bleiben und sie ist halt auch als ja als so ein bisschen meinen persönlichen nachrichten channel auf denen ich mich verlassen kann viel mehr auf als auf die nachrichten die ich irgendwo lese oder irgendwo höre ja dann unter diesem nach diesem motto unter diesem motto selbst ist die frau selbst ist der kanal grüße ich ganz herzlich bis dann bis zum nächsten mal namaste